Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ganz schnell die BIPA Baby Willkommensbox vorstellen. Es gibt von BIPA, das ist eine österreichische Drogerie, eine Willkommensbox, wenn man ein Kind bekommt. Und ja, ich habe das erst jetzt bekommen, denn ich habe mich in der Filiale angemeldet per Formular. Und ja, das hat einfach nicht funktioniert. Ich war sehr enttäuscht, ich habe sogar mal anrufen lassen. Und dann habe ich mich einfach für den Baby Bonus Club online angemeldet. Ich verlinke euch das in der Infobox, wo ihr euch anmelden könnt. Ich glaube www.bipa.de. Geht halt nur für Österreicher. Und dann auf einmal hat das funktioniert. Ich habe dann einen Gutschein bekommen für die Box und habe sie mir dann in der Filiale geholt. Natürlich für mich jetzt total sinnlos, weil Kai jetzt schon elf Monate alt ist und ich jetzt die Baby Willkommensbox habe. Hier drinnen sind Socken. Das finde ich ganz gut. Die sind nämlich größer. Das heißt, die kann auch Kai tragen mit dieser Giraffe. Und so ein Schmusetuch, das ist halt weniger interessant für ihn, aber okay. Milumil Folgemilch 2. Das ist ab sechs Monaten. Das kann man auch aufbrauchen. Also ich fand es wirklich positiv, dass Sachen drinnen sind, auch für größere Kinder. So natürlich eine Broschüre von Abdamil. Stilleinlagen. Die werde ich weiter vererben, denn ich stille ja schon einige Zeit nicht mehr. Pampa Sensitive. Feuchttücher kann man natürlich auch immer gebrauchen. Ich muss immer rausschauen, weil Kai spielt gerade, ob er da nichts anstellt. Ja. Dann noch so eine Veleda-Creme, Calendula, Waschlotion und Shampoo. Also keine Creme, sondern ein Shampoo. Und so ein kleines Büchlein. Genau, Shira heißt diese Giraffe. Und ja, das kann man auch immer gebrauchen. Also grundsätzlich ganz okay. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, euch anzumelden, wenn ihr da Interesse habt. Und macht es auf jeden Fall online und nicht in der Filiale. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!